Mel Thompson Beauty-Blogin stirbt mit 35 Jahren, sie hinterlässt vier Kinder. Auf YouTube und Instagram machte sich Mel Thompson einen Namen als Make-up-Artistin. Jetzt ist die US-Amerikanerin im Alter von 35 Jahren gestorben. Die YouTuberin Mel Thompson 35, ist am Sonntag gestorben. Das teilte Ehemann Puffin Thompson am Montag in einem emotionalen Statement auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Wir haben einen wunderbaren Menschen verloren, schrieb er. Ich werde sie weiter lieben und für immer vermissen. Thompson sei eine sehr hilfsbereite Person gewesen, die ihre vier Kinder und ihren Ehemann immer unterstützt hätte, egal, wie schlecht es ihr selbst ging. Die begnadete Make-up-Artistin hätte stets zuerst an andere gedacht. Ich wünsche, ich hätte sie zurück, schrieb er. Weshalb die junge US-Amerikanerin aus dem Leben schied, ist noch nicht bekannt. Mehrere Freunde von Thompson kommentierten derweil unter dem besagten Instagram-Beitrag, dass die YouTuberin mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Auch sei bei ihr das Ehlers-Danlos-Syndrom, eine Störung des Bindegewebes, die zur Überdehnbarkeit der Haut führt. Diagnostiziert worden Beauty-Bloggerin Mel Thompson ist tot. Kurz nach Bekanntwerden ihres Ablebens traten ihre Fans eine regelrechte Welle von Kondolenz wünschen los. Auch andere YouTuber und Make-up-Artists bekundeten ihr Beileid. Ich bin tief traurig und geschockt. Meine Gedanken sind bei den Freunden und der Familie. Wirklich herzzerreißend. Ruhe in Frieden, Mel, schrieb Make-up-Artistin Lisa Eldridge. Die Welt wird ohne Mel nicht die gleiche sein, sagte die australische Beauty-Blogger Nick Yagi. Seit 2015 betrieb Thompson einen YouTube-Kanal. Dort stellte die Visagistin, die bei dem Kosmetikhersteller Mac arbeitete, ihre Make-up-Künste unter Beweis und gab ihren rund 170.000 Abonnenten Schmink-Tipps. Außerdem unterhielt sie einen Instagram-Account, auf dem ihr 60.000 Menschen folgten.